so und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück und da hinten fliegt irgendwas das ist dann der river invader der ist anscheinend hier unterwegs aber er hat es nicht von uns abgesehen von da ist eigentlich egal jetzt bin ich halt nur im grübeln wir das hier mit am besten machen vielleicht doch noch container dranhängen schwierig wie wollen wir das anstellen ja ich denke schon komm wir machen hier noch jeweils den container dran den und den dann mache ich auch jeweils noch ein bürger system dran das sollte eigentlich reichen reaktor ich weiß nicht ob wir dafür genug haben aber es müsste eigentlich passen genau dieser zweipunkt generator hier machen wir zentral jetzt machen wir zentral hier einen dran und hier genau batterien was war das eigenartig so batterien sehr seltsam egal so wo machen wir vorne hin ich würde sagen das cockpit machen wir da hin also hier ja das hier der hintere teil okay reichen die schon gute frage spontan würde ich jetzt sagen nö aber man weiß ja nie mache einfach sechs batterien das sollte genügen denke ich mir jetzt so ja ich glaube das passt oder warte mal ja ich glaube das ist okay dann ein gyroskop na genau die sind auch wichtig wo ist das denn da hinten wird geschossen aber nicht zu knapp auf irgendwas ach so auf die river okay klasse geht es auch nicht rund ne mhm so machen wir zwei an jeder seite das sollte genügen und dann können wir eigentlich auch schon mit dem verkleiden loslegen ne so ne das ist irgendwie nicht richtig das ne das ist noch nicht richtig ne so ist es richtig genau sehr eigentümlich okay was wird das ja wir müssen es natürlich wieder unheimlich kompliziert machen sonst wäre es aber auch nicht richtig ja das muss ja schon passig sein dass wir uns da selbst treu bleiben ok reicht das schon na noch nicht ganz ähm voll in die falsche rechnung gedreht aber egal weil das nicht so wird so dann die vier ja genau das müsste ja passend sein ähm genau dann das hier noch genau und schwupps passt es ja gut hier könnte man es auch noch ja das könnte man so machen ist glaube ich ganz ok so so oh man mega kompliziert hier genau ähm wie weit geht das es geht bis zu der batterie hier bis dahin bis dahin genau und dann so hier ok es geht noch ein bisschen weiter wir fahren mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben das sind's drei vier fünf sechs sieben und dann das ist ja verdammt nicht dran gedacht das ist ja so eins hier genau dann ist es hier dann ist es hier dann ist es hier passt ich rutsche immer weg ich rutsche immer weg so äh okay ne ne ist irgendwie nicht richtig ne 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 irgendwas ist da irgendwas passt da nicht okay nochmal wir fangen an der ecke mit dem großen an okay dann ist ähm hier der große wieder äh so ach ist das immer okay ja ist erst erst Das ist eins zu kurz, ne? Nein! Oh Mann! Ah, keine Energie. Wie nervig. Aber schön, ist auch nicht wirklich aufgeladen, ne? Ah. Naja. Dann lassen wir das hier in Ruhe aufladen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.